Öh, la 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 la, bin ich doof oder? Ich glaube nicht. Orientierungssinn wie ein Stein. Ich bin für immer in diesem Spiel gefangen und machen kann ich. Das ist eine Kack-Chaos-Aufnahme heute, ne? Tschüss. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Simulator-Sonntag. Heute mit dem VIV-Simulator. Oh, es ist noch. Ich glaube, die liebe Peri hat mir das geschenkt. Und ja, ich habe gesehen, dass der Pet-Shop-Simulator viele Aufrufe hat. Aber ich habe auch gesehen, dass es nicht lange geguckt wird und dann macht das Ganze keinen Sinn. Wenn von 100 Aufrufen im Durchschnitt nur 5 Minuten geschaut werden, dann probiere ich was anderes. Hard-Mode. Kann später eine Option verändert werden. Keine Mini-Map, keine Geräusche. Ne, machen wir nicht. Ein Vielname, Fleischhase. Optionen. Heute übrigens auch ohne mich hier unten in der Ecke, weil dafür brauche ich Licht und alles mögliche. Und es ist schon arg warm hier oben bei mir. Fast 30 Grad und ich will nicht noch mehr anmachen. Und ich sitze jetzt wie bei meiner dunklen Hülle. So, Vorsicht. Ja, dann geht es. Gehfungsverdeckung. Ja, okay. Geräusche. Ich irgendwie auch. Keine Ahnung. Kann ich sprechen. PSD, E, Space, Kontextaktion. Das ist 95. CRFT. Okay, wir lassen das auf uns zukommen. So, spielen. Ich bin gespannt. Ich weiß nicht, ob ich ein guter Dieb bin. Wahrscheinlich eher nicht, aber mal gucken. Läd, lääd, lääd, lääd. Gut. Kaffee. Prost. Na, 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 na. Oh. Soll ich das sein? Ja, wie aus dem Gesicht geschnitten. Vinny. Antworten, Space. Hey, it's me, Vinny. Pick up that crowbar and listen up. We got a lot of ground to cover. Ja, okay. War mal kurz Vinny. Ich will einmal wissen, ob ich... Die, 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 die Maus. Geschwindigkeit. Hier, Empfindlichkeit. Hat er es jetzt genommen? Wo war es jetzt? Ah. Ja, okay. Ja, ja, ja. Kann ich erst mal meine Tasten hier noch irgendwie innen? Ja, ja, okay. Nimm die Brechstange. Eh? Ja. Ja, Mensch, wenn die bleibt doch dran. Inventar. Gegenstände. Ach, du heiliger. Okay, Brechstange. Mach ich denn jetzt noch mit? Kann, was? Oh, das war wohl der Weichknopf. Quickslot T. Fängt ja schon gut an. Du kannst Gegenstände in Quickslots unterbringen, um schneller auf sie zugreifen zu können. Gehe ins Inventar und drücke die Quickslot-Taste. Oh, hab ich doch eben gemacht. Da hast du das fein gelassen. Quickslot. Tee? Bist du jetzt, bist du jetzt drin? Kuh? Diese Kuh? Okay. Irgendwie hat das funktioniert. Ist das hell genug? Ich weiß es nicht. Ducken. Oh. Oh. Oh Gott. Das wird ja was. Das wäre in echt überhaupt keine gute Idee, weil ich ein Tollpatsch bin. Schleichen. Warum steht da oben eigentlich T? Öh. Lalalalala. Hallo? Hey. Hey. Some dope left a flashlight on the ground. Take it. But don't let nobody see the light and call the cops. Wo denn? Achso. Vergiss es. Kuh. Kann ich... Äh. Ins Inventar... Taschendampe... Quickslot? Kuh? T? T? Kuh? Was? Äh. Äh? Habe ich sie jetzt schon wieder... Ja, ich hab's schon wieder. Tiefe Taschenlampe? Nein. Schleichen. Ich weiß, wie schleichen geht. Das hab ich doch gerade schon gemacht. Ja, dann halt keine Taschenlampe. Schlösserknacken, Stufe 4. Interagieren. Kannst du einschlagen. Interagieren eh. Ich drücke eh. Kann ich das noch nicht tun. Okay. Kann ich... Ich kann erspringen. Oh mein Gott, ich kann erspringen. Uh. Ja. Ich, äh... Ach guck mal, da unten habe ich eine kleine Karte. Da ist ein Auto. Licht und Sichtbarkeit. T? Ach guck mal. Wenn du nachts schleichst, sind für gut beleuchtete Orte zu meiden, aber dann sehe ich ja nichts. Licht von deiner Taschenlampe kann dich auch schnell verraten. Ja. Geschichte. Das Fenster mit der Brechstange einschlagen. Ach so, guck mal. Wo ist meine... Die habe ich doch jetzt nicht irgendwo wieder hingeworfen, oder? Brechstange. Okay. Aber was ist mit dieser tollen Taschenlampe? Ich bin ganz unaufällig. Sag mal. Bin ich doof, oder? Ist das Spiel doof? Ich bin ganz unaufällig. Öffnen. Langsam öffnen. Langsam öffnen, natürlich. F? Bin ich, ich bin hier beschäftigt. Time to redistribute a little wealth. Wir gehen ohne Lampe, auch wenn es ein bisschen dunkel ist. So, was haben wir denn hier? Was bringt denn Geld? Hier ist keiner. Oh, Entschuldigung. Warum ist man zu Hause überflutet? Ja, weil der Dieb einfach mal... Die Toilette zinschenmettert hat. Ich stehle einfach Sachen. Ja, okay. Toaster. Ich will kein Toaster stehlen. Ist das egal? Neuste Toilette Taschenlampe. Ich hab die schon benutzt. Ja, ich möchte die aber eigentlich gar nicht benutzen. So, hab ich gemacht. Ich hab heute zu besseren Sicht kannst du Taschenlampe benutzen. Ja, dann nehmen wir halt die Toaster. Ja, wenn keiner meine Crowbar sehen soll, dann wähle ich die doch einfach mal ab. Tee, steck die Werkzeuge weg und schalte die Taschenlampe aus, um nicht die Aufmerksamkeit anderer auf dich zu ziehen. Okay. Bin ich... Ah, guck mal, ich nehme die auch noch mit. Was war das gerade? Ach was, guck mal, kann ich ja auch alles aufmachen. Ist das keine wertvollen Schuhe hier? Ich bin noch nicht fertig mit Klauen hier. Okay, wo kam ich her? Ich... Hier raus? Ja. Okay, ich soll mich jetzt nicht erwischen lassen und zum Auto. Gut, dann schleichen wir. Hier war der Kerl, ne? Ich bin gar nicht da. Auto ist da vorne. Wie komme ich denn da hin? Ich weiß nicht, ob das jetzt richtig war. War das gut? Ich glaube nicht. Das Auto ist in diese Richtung. Doch, könnte richtig sein. Ne, könnte nicht richtig sein. Sag mal. Was ist denn mein Auto? Orientierungssinn wie ein Stein. Hier ums Eck. Oh, da komme ich doch gar nicht drüber. Da ist das Auto. Aber wie komme ich da hin? Ah. Okay. Was passiert denn, wenn er mich entdeckt? Muss ich ihn dann umringen? Aber der hatte ich einfach nur Glück. Also, okay. Ich kann ja nur hier... Ah, guck mal. Ach nee. Ich dachte, das wäre ein Hase. Nee, es macht gar keinen Sinn, dass das ein Hase ist. Und von hier aus, wenn man ganz schnell hin... So, ist doch... Könnte ein Hobbeln-Hase... Er kann. Also, Auto ist dort. Kann ich? Ich kann hier nicht springen. Natürlich. Ich verstehe das nicht. Winnie, Winnie, Winz, wer auch immer nochmal dein Name war. Kannst du mir sagen, wie ich hier... zu meinem Auto kommen? Ab durch die Hecke oder so? Geh da rüber. Los. Will nicht mehr den ganzen Weg latschen. So fühle ich mich sehr groß. Ach, guck mal. Hä? Wo muss ich denn hin? Warte mal. Was ist... Okay, da unten ist... Ich dachte gerade echt, das... Nimm mein Mikrofon auf. Oh. Nee, sie hat mich gehört. Wo muss ich hin? Was ist das da? Achso. Muss ich an ihm vorbei? Nein, das kann ja... Äh. Nein, du hast mich nicht gehört. Oh. Nein. Ja, fliehe. Aber wo? Hallo. Hätte ich an dir vorbei gemusst? Checkpoint. Ach, Mensch. Hey, lass mich in Ruhe. Ja, ja, ja. Das ist schon klar. Die habe ich ja auch hier weggesteckt, ne? Ich habe irgendwie das Gefühl, ich muss an dem Kerl da vorbei. Aber an dem komme ich nicht vorbei. Okay, wenn ich da so ein Checkpoint habe. Ja, du hast mich gesehen. Ja, 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 ja. Hä? Ach, Alter. Der Haar. Wie kommt ich denn zu meinem Auto? Nein, du siehst mich auch nicht. Kann ich hier irgendwo klettern? Oh, warte mal. Irgendwie da doof, ne? Hä? Nein, bin ich nicht. Ist einfach derselbe Weg. Kann ich das hier kaputt machen? Warum nicht? Warum nicht? Jetzt habe ich auch Licht, aber wir springen doch einfach hier drüber. Hm? 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 Ich habe so eine Karte, aber auch die kapiere ich nicht. Ich bin gar nicht da, hm? Gibt es hier irgendwo ein Ding, was ich... Aber jo. Eh, eh, eh. Okay. Kann ich nicht. Kann ich hier irgendwo was kaputt hauen? Muss ich bei dem Haus vielleicht auf der... Ah, ja. Das kann ich nicht. Okay. Das kann ich aber. Mensch. Okay. Hallo. Häng fest. Hä? Ich hänge fest. So machst du nichts, egal was ich drücke. Vielleicht war ich durch ein Fenster geklettert, bin, was nicht kaputt war. Escape geht auch nicht. Hä? Klopfe. Bis gleich. Alter, viel geht auch nicht. Was? Zur Hölle. Windows-Taste geht auch. Hä? Ich bin für immer in diesem Spiel gefangen. Steuerung, Alt, Entfernen. Ich komme nie wieder hier raus. Ich gehe zum Auto. Ich sehe es doch. Nur meine Maus funktioniert. Das kann doch nicht sein. Alter, mal im Ernst. Wie komme ich hier raus? Hier, nein. Steuerung, Alt, Entfernen. Steuerung, Alt, Entfernen. Ende. Ich will meinen Rechner doch jetzt nicht neu starten. Meine Aufnahme läuft noch. Haha, ich bin herausgekommen, nachdem ich fünfmal Taschenrechner geöffnet habe. Und, was ist da? Ja, also, nee. Da habe ich keinen Bock drauf. Das Spiel ist doof. Aufnahmen starten, Aufnahmen stoppen. Was ist denn jetzt hier los? Können wir ihn jetzt bitte? Ah, wir können. Okay. Wo ist mein Auto? Anschneidend habe ich, wenn ich den Power-Knopf drücke, geht er in irgendeinem Energiesparmodus. Ich habe das, glaube ich, nie eingestellt. Ja, aber... Oh, jetzt muss ich auch noch selber fahren. Ich verfahre hier. Oh, darf man wohl nicht. Mist. Und, äh, ja. Nachdem ich im Energiesparmodus war und wieder raus bin, äh, ging das dann, dass ich wieder raustappen konnte. Wo muss ich denn hin? Ach, Mensch, dieses blöde Touré. Das habe ich ja schon eins gemacht. Oh, Gott. Sagt mir auch einer, wo ich hinfahre. Oh, es war... Ich muss jetzt mal da hin, wo diese Lichtschein-Dinger sind. Ich steig mich nur aus. Lass den Tatort, habe ich getan. Hallo. Hi. Hallo. Hallo. Wie unhöflich. Hier ist dein Weg, ja. Ich wollte mich nur unterhalten, aber okay. Weil hast du den Tatort? Ja. Ich habe einen alten Toaster. Ja. Jo, ich habe den Tatort verlassen. Fahr da mal. Hol noch mal. Bäh. Bäh. Ich glaube, besser nicht mit der Maus interagieren. Hier mal fahren. Da ist ein Sternchen, aber da komme ich doch her, oder? Ja, das ist da, wo ich war. Habe ich das nicht beendet? Kann ich Offroad fahren? Nö, ich kann die Fahrt fahren. Ich könnte sein, dass ich da hin muss. Habe ich das Spielprinzip jetzt mal verstanden? Ah, okay. Das schaut richtig aus. Was? Ja. Ah. D. Warum D? Bonus für Heimlichkeit. Das habe ich drauf. Geh hinein. Das ganze Spiel. Was ist das warm hier? Das ist jetzt mal funktionieren. Geh schlafen, und wir holen das in der Nacht. Okay. Okay, also immer dahin, wo das Sternchen ist. Ich schlafe auf der Couch, okay. Wie spät haben wir ihn jetzt? Ich bin irritiert. Ah, wir haben 23 Uhr? Sechs Stunden. Da ist die Schlafphase vorbei. Ich kann meinen Computer nicht checken. Also, es tut mir leid, ne? Das Spiel scheiße. Habe ich noch einen Computer? Ah, ich habe noch einen Computer. Den einen kann ich nicht, aber den kann ich. Ah, meine Füße klingeln. Ah. Klicke auf Steal Your Forum. Wenn du noch Ausrüstung kaufen hast, wahrscheinlich hast du noch nicht das Zeug dazu, all zu benutzen. Das finde ich auch ein bisschen doof, ne? Steal Your Forum. Hier. An Greenview 109. Sicherheitstipps für das Hauskaufen. Null. Ah, das Nullkauf. Okay. Geh zu deinem Auto. Der alte Fernseher ist ein bisschen was wert. Ersatzschlüssel in der Schokolade. Das Haus steht die ganze Zeit leer. Aber eine Sekunde, ich muss mal eben was gucken. Okay. Ich wollte nur schauen, ob er die andere Aufnahme. Und eben auch noch genommen hat. Hat er. Sehr schön. Aber wenn nicht, dann hätte ich das jetzt recht wegworfen. Was hättest du denn? You only had empty pockets in Greenview 109. Wo tue ich denn das? Wo ist denn das Phantos? Da bei dem Sternchen? Oh, Autofahrer. Ah, das ist schön. Fahrt mit dem Phantos. Roger. Welcome. Hallo. Verkauten. It's time for Greenview 109. Get me that TV. And don't pawn it off. Ja, McCormick. Ja. Oh, ach so, warte mal. Um, sind die genau 1009. Hm? Okay. Okay. Hier ist 1009. Oh Gott. Ich könnte dann, glaube ich, besser einbrechen als Autofahren. Also in dem Spiel. Sonst wäre es anders herum. So, was war mit dem... Es ist einfach, den beschädigten Zaun hinter dem Haus kaputt zu machen. Kaputt machen kann ich. Hinter dem Haus. Oh, oder ich gehe einfach hier rüber. Äh? So öffnen. Verstecken. Äh. Nee, lass mich mal lieber wieder raus, bevor, äh, hier wieder was kaputt geht. So. Das Haus steht die ganze Zeit leer. Ersatzschlüssel in der Schublade. Ja, wenn das leer steht. Dann ist doch auch ideal. Wo ist da? Warum kommt dramatische Musik? Es steht leer. Pfanne. Ich bin der Haushalts... ...gegenstände. Hallo. Ich wollte... Den Fernseher willst du haben, okay. Ups. Den kleinen Röhrenfernseher kannst du gerne haben. Das kann... Können wir den Müll nicht rausbringen? Oh, warte mal. Jetzt habe ich den Fernseher schon zauberer fallen lassen. Der ist bestimmt noch gut. Ja, nur, falls das einer weiß, dass es hier leer steht. Dumm, die dumm, die dumm. Neust du toll. Große Gegenstände. Und leg ihn in den Koffer rauf. Ja, jetzt ist er schon drittemal, bietemal ihm gefallen. Wo ist mein Auto? Da. Dumm, die dumm, die dumm. Ich ziehe hier gerade bestimmt ein. Mein Mikrofon ist jetzt anders, oder? Ist mein Mikrofon anders eingestellt? Das ist eine Kack-Kausaufnahme heute, ne? Scheiße, jetzt habe ich meinen Kopf herangekommen. Eh. 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 Du warst doch vorhin... Okay. Ich muss mal... Warte. So. So, jetzt ist es zu laut, glaube ich. Ah. So. So ist zu leise. Ihr müsst damit jetzt leben. Das ist ein Chaos-Sonntag. Nicht Simulator-Sonntag, sondern Chaos-Sonntag. So, da ist immer noch ein Sternchen. Warum ist da immer noch ein Sternchen? Schiller einen alten Fernseher in den Kofferraum. Habe ich gemacht. Habe ich doch gemacht. Warum sollte ich mich denn hier verstecken? Gibt es hier noch mehr für mich? Im Klo? Nein. Aha. Klar, ich habe auch immer ein Badezimmer neben meiner Münze, da habe ich Geld liegen. Und da es jetzt mein Markenzeichen wird, geht es hier auch. Ich setze hier alles unter Wasser. So, habe ich gemacht. Fernseher ist im Kofferraum. Ich fahre jetzt wieder. Wo war denn diese Linie? Wo kam ich denn her? Ach Mensch, aber hier ist doch immer noch das Sternchen. Ich verstehe das nicht. Ich stehe da einen alten Fernseher und verlade ihn in den Kofferraum. Das habe ich doch getan. Zoo? Ehe. Ehe. Hoch. Alter Fernseher. Kofferraum. Langsam schließen. Nix im Kühlschrank. Nix im Kühlschrank. Ich habe doch deinen blöden Fernseher mitgenommen. Was soll das denn? Habe ich doch auch schon geguckt. Weißt du was? Ich fahre jetzt einfach. Ich weiß doch nicht, wohin, aber ich fahre jetzt einfach. Okay. Oh, mir ist so warm. So warm. Was haben wir denn hier? Alte Toaster, Schlüssel, bla bla. Sehr schön. Tschüss. Will ich hier nicht mal ein Stückchen rauszoomen? Das ist ja furchtbar. Da ist die grüne Linie. Nach Hause. Okay, Fernseher zählt. Vergiss nicht, die unvergebenen Fertigkeitspunkte im Skill-Tab einzusetzen. Ach, du heiliger. Tipps Rang S. Ist das jetzt gut? Ist das schlecht? Ich weiß es nicht. Black Bay. Black Bay. So mal, Black Bay ist. Hier ist nun mein Inventar. What is this? Geh, geht nicht. Black Bay. I set up a page on there for the TV. Go there and sell it. Hm, Elektronik? Alter Fernseher. Aufwand. Hey, good work. Yay. Rent a duck. Now here you can find a little extra work. I put one on there, just for you. The one with the... Ihre Teller kaputt machen? What? Okay. Ähm, ja, okay. Ich hab gerade überhaupt keinen Überblick mehr, wie lange die Folge jetzt ist, weil ich da ja stoppen musste. 20, 30, 36 Minuten. Äh. Ja. Mach ich jetzt noch was? Sag mal, ich nicht. Ich will... Ich will... Ich finde da persönlich das jetzt nicht so toll. Ich mach die Teller im Haus, wenn da zehn kaputt. Okay. Komm, wir machen jetzt noch die Teller kaputt. Äh. Ich muss noch die Sachen wegbringen. Willkommen. Willkommen. Alter, Dose und Pfanne. Kaufen. Verlauben. Oh, die Pfanne war gar nicht schlecht. Kann ich hier auch was kaufen? Diese tübsche aus. Die geht auch. Dieter. So, wir gehen den Teller kaputt machen. 110, ne? Rieche ich denn jetzt? Richtig? Nee, es ist nicht richtig. Jetzt hab ich den gedrückt. Hier. So. In 110. Bei 109 waren wir schon. Das ist auch mal Reparaturkosten. Hätte er da kaputt machen. Ich weiß nicht, ob... Ich hab... Hätte wahrscheinlich irgendwelche Infos hier, äh... ...kriegen können. Ich guck mich erst mal um, ob hier jemand drinne ist. Welche Teller sind denn gemeint? Was soll denn das eigentlich? Jemand zu Hause? Nee? Okay. Ich jetzt schon. Das muss so sein. Diese Teller. Ich hab nur gehört, du wirst nicht mehr wissen, wie ein Glück zu holen. Geh, lehre die Basiken. Ich bin sicher, dass du jetzt genug Skills hast. Derne Schlösser knacken, Level 1 und wie? Wo? Kann ich eigentlich hier? Du hast mir auch was von... Guck mal, Skillpunkten erzählt. Ah. Gut, macht Sinn. Dafür muss ich wieder... ...nach Hause fahren, ne? Oh Gott. Geht nicht über die Straße. Ich bin nicht so gut mit anhalten und so. Nach Hause. Kaufen ein. Ist ja bei Tools. For Leaves. die musik tools war lief einfacher dietrich kaufen before you get yourself into trouble try it on a training lock i left one in the garage in the garage in your garage here oh no also die das kann ich team der bewohner wenn du nah genug bist kannst du einen bewohner markieren um mehr über seine tägliche routine herauszufinden okay und nun schon wieder nein das mache ich nicht mehr denn ich finde das doof irgendwie ich weiß nicht vielleicht ist der tag doof vielleicht gebe ich dem ganzen noch mal eine chance aber ich finde das irgendwie die so die 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 tassenbewegung das fahren ich kann springen das toll okay ja so ich bin mal gespannt wie ich das irgendwie zusammengeschnitten kriege ich kann nicht überall drauf schicken doch da haha ich sag dann einfach mal danke fürs zuschauen und bis zum nächsten mal tschüss tschüss tschüss